Nachhaltigkeit zeigt sich im Handeln, nicht nur im Denken. Oft bemängeln wir Dinge im Alltag, ohne selbst an der Lösung mitzuwirken. So halten sich die Müllverbrennung und die zurückhaltende Mülltrennung noch immer hartnäckig in den Köpfen einiger Mitmenschen. Dass es anders geht, zeigt diese Erfolgsgeschichte aus dem bayerischen Arzberg. Willkommen bei Pugus Plastics, dem familiengeführten Umweltunternehmen, das seit über 20 Jahren innovative Produkte aus recycelten Kunststoffen herstellt. Ein echtes 360-Grad-Recycling, das seinesgleichen sucht. Die engagierten Ziele des Familienunternehmens sind das nachhaltige Schonen kostbarer Ressourcen, die Reduzierung der Umweltbelastung durch Altkunststoffe und die Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Pugus Plastics betreibt am Standort im bayerischen Arzberg eine der modernsten Kunststoffaufbereitungsanlagen, die in ihrer Art weltweit einzigartig ist. Jährlich werden hier über 20.000 Tonnen Altkunststoffe recycelt und in den eigenen Produktionsanlagen im Spritzgussverfahren weiterverarbeitet. Durch die moderne Aufbereitung und das konsequente Handeln erspart Pugus Plastics der Umwelt jährlich eine Belastung von über 20.000 Tonnen CO2. Neben der Herstellung des Rohstoffes für die eigene Produktion übernimmt Pugus Plastics auch die Aufarbeitung des angelieferten Materials zu Regranulaten, die weltweit verkauft werden. Mit den eigenen Spritzgussmaschinen entstehen unterschiedliche Produkte, die eines vereint. Ihre Nachhaltigkeit, denn die Produkte sind haltbar, zuverlässig und recycelbar. In Zahlen sind das rund 10 Millionen Eco-Raster-Bodengitter-Module, über eine Million Display-Paletten und mehr als 550.000 Kunststoffpaletten zusammen. Bei Pugus Plastics wird Made in Germany nicht nur auf die Produkte geschrieben, es wird hier gelebt. Die enge Verbundenheit mit der Heimat liefert zusammen mit dem abgegebenen Qualitätsversprechen die Grundlage für dieses Prädikat, das auch vom TÜV zertifiziert wurde. Dabei kommt es dem mittelständischen Familienbetrieb auf die höchste Qualität und nicht auf Quantität an. Denn nur durch Erfahrung, Anspruch und Know-how lässt sich Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich gestalten. Pugus Plastics zeigt auch in anderen Bereichen nachhaltiges Engagement und übernimmt nicht nur mit der Ausbildung des Nachwuchs soziale Verantwortung in der Region. Als Gründungsmitglied und aktiver Teil der Rahl-Güte-Gemeinschaft Produkte aus Recycling-Kunststoffen setzt Pugus Plastics sich für die Festlegung und Überwachung einheitlicher Branchenstandards ein. Auf diese Weise machen wir uns stark für die höchstmögliche Qualität und Umweltverträglichkeit. Zum Schutz der Kunden und der Umwelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017